Willst du ein bisschen surfen? Ja! Im Wasser? Ja! Wellen reiten? Ja! Los geht's! Hey Ed! Ist dir das auch nicht zu klein? Ja! Wo ist es hier zu mit? Das ist ein Hose und ein Steiner! Kann man sehen! Geht's dir gut da hinten? Ja! Ich geb dir jetzt gleich ein paar Kekse für dich! Und zwar... Pinkmatic! Hier pack mal aus! Aber ohne Sand! Hast du den Sand abgekriegt von den Händen? Und Oreo-Kekse gibt's auch noch! Ich glaube, die sind für dich! Okay! Ja, dann probier die mal! Die schmecken sehr lecker! Die schmecken gar nicht so schwarz wie sie aussäen! Und wie schmecken die? Lecker! So, jetzt gibt's hier ein lecker Brötchen! Immer mit Brötchen! Mit Brigadelle! Hey, hier sind richtig ein paar Wellen für euch! Ja! Dann könnt ihr ja ein bisschen Wellen reiten! Mhm! Wie wär's? Ja! Willst du ein bisschen surfen? Ja! Im Wasser? Ja! Wellen reiten? Ja! Los geht's! Hey! 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 Was ist denn jetzt schon wieder los? Hey! 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 Komm mal, wo Meckse bist! Ja! Geh gleich mit! Oh! 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 Tolle Schaufeln ohne in Buddelnberg am Strand! Genau! Oh! 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 Ah! Ähm! Hast du die Bahn gelaufen? 네! Okay! 애ca! dein reines wasser! Ja, das ist gut. 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 Und jetzt rein? Ja. Das ist gut. Das ist gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017